Musik Die City-Arkaden Klagenfurt blühen auf und stimmen damit nicht nur auf den Frühling, sondern wie man anhand der Dekoration merkt, auch auf Ostern ein. Für die Besucher bedeutet das wieder viele bunte Aktionen, unter anderem auch einen Ostermarkt. Zu gewinnen gibt es natürlich auch was, denn wir befinden uns ja mitten im Jubiläumsjahr zum 10-jährigen Geburtstag der City-Arkaden. Was gefällt Ihnen denn, wenn es wieder Frühling wird? Wenn im Garten alles zum Blühen anfängt, wenn man draußen arbeiten kann, ein bisschen ohne Wintergewand und wenn die Natur zu sprießen anfängt. Dass es warm wird, dass der Schnee und die Költen endlich weggehen. Dass man in den Wald gehen kann, dass wir zuerst spazieren gehen können. Dass wir zum See fahren, die Enten füttern, das ist schön. Und natürlich gehen wir in die City-Arkaden verschlechtert einkaufen. Eher auf die Sommerkleider. Dass es wieder wärmer wird. Auf die Frühlingsgefühle. Der Geruch in der Luft und das Wetter und wenn es warm ist und auch die Blumen und die Farben. Und die Mode natürlich. Mir taugt dann am meisten, dass ich dann wieder im T-Shirt draußen umgehen kann. Auch wieder vielleicht kurze Hosen auspacken kann. Die kurzen Hosen kommen vom untersten Facheln wieder drei Facheln weiter rauf. Und natürlich muss ich in den Einkaufen ja auch gehen. Was landet jetzt im Frühling bei dir im Kasten? Kleider. Shorts und Denktops. So eine Brille. Kurze Sachen. Man braucht keine Kajacke mehr, keine Dickelschuhe. Frenchcoat oder Lederjacke. Und vielleicht auch Jeans mit ein paar Löchern oder so. Also ein bisschen lässiger und auch ein bisschen lockerer und bunter auf jeden Fall. Man merkt, die Besucherinnen und Besucher der City Arcaden Klagenfurt sind schon in Frühlingsstimmung. Kommt auch ihr vorbei und lasst euch von den neuesten Fashion-Trends inspirieren. Ich bin euch jetzt noch Infos zu unserem Oster-Gewinnspiel schuldig. Zehn von diesen goldenen Eiern werden ab 19. März im gesamten Center versteckt. Auf diesen werden sich schwarze Buchstaben befinden. Findet die Eier, setzt die Buchstaben zu einem Lösungswort zusammen und gewinnt. City Arcaden will ich.